Ja, coole Konstruktion, Henrik. Stell sie vor. Also das T-Bone-Mikrofon. Das ist so bitte drin, wie es war. S740. Also es ist dieses, ich werde jetzt gleich playen, muss ich das Mikro haben. Das ist das Mikrofon. Genau, das ist das Mikrofon. Eigentlich haben wir ja ein Studio, ne? Aber da kommen wir gerade nicht rein, weil Jan im Urlaub ist. Ja, weil Jan im Urlaub ist. Und wir zwei Armen müssen alleine aufnehmen und das ohne Jan. Und das ist ganz schön traurig. Wir zwei Armen müssen alleine aufnehmen und das ohne Jan. Und das ist ganz schön traurig. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Äh, äh. Pst. Und sie hat mich ja angesch... Seht ihr das, wie schön sich dieses Programm aufhängen kann? Es zeigt einfach nichts an. Und sie hat mich angesteckt und jetzt liege ich hier im Bett. Hab mich ganz schön warm... Ganz schön warm zugedeckt. Ganz schön warm. Timo bei der Arbeit. Was will ich noch? Oh oh. Gib mir das. Speicheln. Immer mal speicheln nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Speicheln. Speicheln, Junge. So, jetzt müssen wir uns nur noch schnell mal mit Copy and Paste den anderen Refrain holen. Ja, so ist das, Leute. Wie soll das funktionieren? Also, wir sehen hier gerade einen Hendrik. Das war so zu niesen. Und ich werde es eh nicht aufgenommen kriegen, wenn es es hinkriegt. Ja, wir haben nämlich jetzt den Song soweit fertig. So, das geht nicht, Timo. Ähm, jetzt alles durch. Das sieht man natürlich nicht, weil es nicht scharf gestellt ist. Ähm, man sieht hier oben die Musik und dann hier die ganzen Spuren von uns. Und jetzt fehlt noch eine Spur, die nämlich heißt Husten. Und die ist nämlich noch leer. Das heißt, da muss noch was rein. Es ist jetzt exportiert. Ja, das ist mir gut. Ich bin, von der Sportkanone, dort in einem Tag. Hab gesunde Sachen mit Uff am Start. Doch ihr habt mich angesteckt und jetzt mit mir hier im Bett. Habt mich schon warm zugelegt. Denn ich bin krank. Nimm Tabletten aus dem Schrank. Nieder Doppelgott sei Dank. Ohne Pille, dann kann ich frei. Ich will chillen, ich bin krank. Nimm Tabletten aus dem Schrank. Nieder Doppelgott sei Dank. Ohne Pille, dann kann ich frei. Ich will chillen, ich bin krank. Na 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 na. Na 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 na. Ich bin krank. 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 Ich erinnere mich an das Wochenende. Alle hatten nicht fast. Doch dann kam die Wände. Alle waren hier auf die Lieberpartei. Wir tranken Bier und dann kam Kassi. Und die hat mich angestellt. Und jetzt mit dem Sie im Bett. Das ist mir schön. Ich bin krank. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Herzlich willkommen bei Making of... Herzlich willkommen? Hast du es mir auch gesagt? Das soll ich jetzt sagen. Sieht mal wieder Unterschiede? Ja, das kommt vom Koks schniefen. So, im Immobilienleit sieht man wirklich Unterschiede. Aber ich weiß nicht. Ja, jetzt. Jetzt ist gerade Schatten auf meinem Gesicht. Ja. Man sieht nichts. Ich könnte versuchen. Ah, wie sieht das? Weiß ich nicht. So viel Schminke im Riech. Ich kann es nicht vergleichen. Siehst du das hier? Ich muss da sehr viel mehr nehmen. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Das ist auch deine Oma. Darum bin ich so schön. Der war ein guter Witz. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Na, na, na. So. Hier sind wir jetzt bei der PixisTV Kochshow. Und zwar machen wir heute leckere Erasko Hühnersuppe. Hühnersuppe. Mh, sieht das ekelhaft aus. Bäh. Das ist... Ähm. Ja. Wir wollen ja in unserem Video Suppe essen. Und deswegen koche ich jetzt Suppe. Ne? Und ich wollte euch das unbedingt zeigen. Weil es echt nicht unbedingt lecker ist. Naja. Das werden wir auf jeden Fall gleich in uns reinstopfen. Ich hoffe, dass es uns danach besser geht. Wir sind nämlich ein bisschen krank. Sieht man vielleicht auch in meinem Gesicht, dass ich ein bisschen krank bin. Ähm. Ist schon ein bisschen geschminkt. Und, ähm. Ja. Ich koche jetzt Suppe. Erasko Hühnersuppe. Jetzt neu. Der will ekelig. Nein, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so schlecht. Das war ein Making-of-Führer ein bisschen. Das ist gerade ein Making-of-Führer. Ah. Sie ist gar nicht so schlecht. Aber auch nicht so gut. Das sieht aus wie ein Kartoff. Aber es ist mehr so... Aber du kannst danach immer so ein gleiches Kotz... Halbdosen... Ja. Kotz Gewürk. Ich bin halt... Ich bin halt, äh... pure, biologische, angebaute Hühnersuppe gewohnt. Angebaute Hühnersuppe. Ja, bei Hendrik wachsen die Hühner nämlich auf dem Baum. So. Wenn die Hühnersuppe... Wollen wir jetzt mal prämieren? Danke. Warum will ich denn nicht? Ach, die Hühnersuppe. Wenn die wächst nach oben auf dem Baum und dann fällt sie runter. Und dann kannst du dich ändern. Gut. Wenn ich halt das ohne Sport nicht auf... Nehme Pille... Ach, schade. Das war eigentlich ganz geil. Entschuldigung, aber... Diese D hat mir eigentlich den Rest gegeben. Du frisst... Oh... Das ist so geil. Ich will die Nerven. Geil. Mach langsam. Wenn ich bin krank, nimm Tabletten aus dem Schleim. Mann! Au! 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 Im Mund. Und aufs Ohr. Hey Leute, was geht? Das war unsere Parodie auf die... Entschuldigung. Hey Leute, was geht? Das war unsere Parodie auf die Lochis. Ich bin blank mit uns. Wir sind krank oder ich bin krank. Wie auch immer, wie ihr es nehmen wollt. Die Videos sind links. Also hier Und... Da ist der Abonnieren-Knopf und da ist der Like. Gut. Das war's. Eine fragen Ende, eine hat mich hart, doch dann Carlivaine, eine warten hier auf dieser Party. Wir tragen dir heute ein kochierbar, und die Hasi-Sang gesteckt. Ich bin geliefert, die sich die am Bett und mich umgang zu dragenden Stand. Ich sei Zeit, na 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 na! Nachdem ich weiß, was? Na 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 na! Na 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 na! Ich weiß, dass wir alles so verpoint, ohne Töle kann es sich blitzen, mitbezüllen nicht überhaupt! Na 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 na! Na 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 no! Und Töle kann es sich, mitbezüllen nicht flitzen, Na 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 na! Ich muss nur noch einmal nö na na! Ich bin acquis und sein Haus Ich bin acquis und sein Haus Shut up, guys.